Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bei Tag 9 der YouTube Challenge. So, heute möchte ich mal ein Video produzieren, das auf einer Frage eines längeren Users von mir beruht. Und zwar auf der Frage von Hans-Werner. Und zwar hat er mich gefragt, wie promotest du eigentlich deine Produkte? Ja, Hans-Werner, das möchte ich dir jetzt hier auch mal direkt beantworten. Und zwar, ja, erstelle ich dazu sogenannte Video-Funnels. Und wie ich das Ganze erstelle und wie sowas aussieht, das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Und zwar anhand meines neuen Produktes, dem Video-Marketing-Club. So, dazu erstelle ich mir einen Funnel. Und der sieht im Prinzip wie folgt aus. Und zwar habe ich hier einmal die Landingpage. Das ist jetzt in dem Fall der Video-Marketing-Club. Und ich habe das Ganze jetzt mal anhand eines Tipp-Schematas aufgebaut. Und zwar gehe ich da wie folgt vor. Das heißt, ich erstelle mir in der Regel ein Hauptvideo. Und in diesem Hauptvideo binde ich verschiedene Annotations ein, also Anmerkungen, die auf weitere Videos verweisen. Das heißt, ich habe hier ein Video mit einer Übersicht, zum Beispiel 8 Tipps für mehr YouTube-Views. Und dann erstelle ich dazu 8 Videos. In dem Fall sind es jetzt hier allerdings nur 7, weil der erste und der zweite Tipp zusammengefasst sind. Und habe jetzt hier dann insgesamt 7 Videos. Diese 7 Videos werden dann aus dem Hauptvideo heraus verlinkt. Und natürlich verlinken diese 7 Videos auf sich selbst, so wie auf dieses Hauptvideo. Dadurch entsteht ein geschlossenes Link-Wheel. Und vor allen Dingen, wir haben dadurch die Möglichkeit, unsere Positionen zu stärken, da wir auf uns selbst verlinken. So, der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich A, klar, hier das Hauptvideo mit einem Hauptkey belegen kann. Das heißt also, dadurch, dass ich hier 7 Videos habe und die auf ein Hauptvideo verweisen, habe ich die Möglichkeit, mit dem Hauptvideo sehr, sehr gute Rankings zu erzielen. Und der Vorteil hier ist, dass es sich dann hier um eine gesamte Marketingstrategie handelt. Da wir hier natürlich hauptsächlich im Themenbereich Videomarketing bleiben. Jedes Video steht für sich alleine oder kann als Gesamtkonzept betrachtet werden. Das ist der Vorteil daran. Und bei den Tipp-Videos in dem Fall, das sind jetzt hier 7 Stück, ist es so, dass jedes Video eine Endcard besitzt. Und diese Endcard verweist nicht direkt auf die Landingpage, sondern in dem Fall auf einen Free-Report. Wir haben dann hier einen Freebie. Das ist jetzt mal beispielhaft der YouTube Traffic Report. Und dadurch werden dann Leads eingesammelt. Über diesen Freebie, also über dieses Freebie, kommen dann die User in einen E-Mail-Follow-up und werden dort nochmal mit der Strategie an sich versorgt. Und das wiederum führt dann früher oder später automatisch wieder hin zur Landingpage. Natürlich, der Funnel wäre jetzt noch viel, viel größer, wenn ich alles aufgezeigt hätte. Das möchte ich aber jetzt hier in dem Fall gar nicht. Weil hier geht es zum Beispiel auch um Automatisierungsstrategien, wie ich zum Beispiel das Ganze hier automatisiert habe, dass zum Beispiel diese Videos immer und immer wieder in Social-Netzwerken auftauchen oder ich hier verschiedene andere Strategien noch zusätzlich anwende, so dass ich mit diesem Bereich hier sehr, sehr gute Rankings erzielen kann. Und das führt natürlich dazu, dass ich auf kurz oder lang sehr, sehr viel Traffic, zielgerichteten Traffic auf meine Landingpage bekomme und dadurch natürlich wesentlich mehr Käufer. Zusätzlich baue ich noch meine E-Mail-Liste auf, die auch wiederum dazu führt, dass ich später mehr Käufer habe. Das heißt, ich blende mich hier auch mit diesem Funnel gleich und zeige dem User, dass ich auf diesem Bereich entsprechende Expertise habe, also als Expertegelde. Und dadurch wird natürlich der User später irgendwann auch das entsprechende Vertrauen dazu entwickeln und dann auch wiederum später auf die Landingpage kommen und immer wieder mit dem Angebot konfrontiert. Hier am Ende des Funnels ist es so, dass der E-Mail-Follow-Up jetzt nicht als Ende zu sehen ist, sondern im Prinzip erst als Anfang einer weiteren Strategie. Die habe ich jetzt hier allerdings mal geschickt ausgeblendet. Weil hier könnte man zum Beispiel jetzt noch mit Refi-Produkten arbeiten, man kann hier noch verschiedene Sequenzen hinzufügen und so weiter. Also man kann das Ganze extrem aufblenden. Das ist also, wenn man es denn sehr hoch skaliert, ein relativ komplexer Funnel, der viele, viele Möglichkeiten bietet, der aber auf kurz oder lang unglaublich viel Traffic generiert. Und ich habe das bei einem anderen Produkt momentan schon am Laufen. Und dort ist es so, dass mir alleine dieser einfache Funnel, der auch über diese Tipp-Strategie funktioniert, also hier mit den verschiedenen Videos zu einem bestimmten Hauptthema, verschiedene Tipps gibt, habe ich einen Funnel, der aktuell, glaube ich, über 2000 Besucher pro Monat alleine nur über dieses eine kleine Videobeispiel mir auf meine Landingpage bringt. Und die Conversion Rate über diese geleiteten Besucher ist extrem hoch, weil wir uns hier dadurch, dass wir verschiedene Videos innerhalb dieses Funnels benutzen, natürlich auch dementsprechend als Experte branden können. Gut, wie mache ich dann jetzt hier weiter? Im Prinzip ist es so, dass wir das Pferd dann von hinten aufzäumen. Also es bringt natürlich nichts, wenn wir erst das Hauptvideo erstellen und es gibt noch gar keine anderen Videos. Das heißt also, in dem Fall fange ich von hinten nach vorne an. Hier geht es jetzt nicht darum, dass ich diese Videos zeitversetzt publiziere, sondern es geht hauptsächlich darum, dass diese Videos hier, diese sieben kleinen Videos, als erstes publiziert werden, damit ich dann später das große Video publizieren kann. Und dazu habe ich mir auch wieder in Trello das Ganze schon mal angelegt, damit ich die Übersicht nicht verliere. Das heißt, wir haben als erstes Video, das produziert wird, den Video Embed, dann haben wir das Wasserzeichen hier und können das dann entsprechend einsortieren. Hier in Trello, damit habe ich dann immer die Möglichkeit zu kontrollieren, was habe ich schon gemacht. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich dann hier, wenn diese Videos stehen, ich natürlich auch mit meiner Automatisierungsstrategie da rangehen kann und kann diese Videos dann von hinten nach vorne entsprechend zeitversetzt posten und schon mal in den sozialen Medien bekannt machen. Das führt dann dazu, dass diese Videos dann nach und nach schon einen gewissen Status haben und später ihren ganzen Juice an dieses Video vererben werden, wenn ich dann diese entsprechenden Descriptions mit dem Link zum Hauptvideo versehe und das Hauptvideo natürlich mit den entsprechenden Anmerkungen zu diesen Videos. Das führt dazu, dass dieses Video, also das Hauptvideo, relativ schnell nach oben schießt, weil es von den Links und dem Trust dieser Videos profitiert. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt mal so auf die Schnelle deutlich machen, wie so ein Funnel funktioniert und dass diese Funnels extrem viel Power haben. Denn wie du dir sicher vorstellen kannst, wir bewegen uns hier in dem Nischenbereich und ich sorge hier mit diesen Videos dafür, dass wir auch in diesem Bereich bleiben und vor allen Dingen, dass wir uns hier auch gleichzeitig als Experte aufstellen können. Und ja, ich nutze in dem Funnel hier eigentlich im Prinzip alles, was zur Verfügung steht, weil die restlichen Sachen sind jetzt hier ausgeblendet. Also ich habe das mal geschaut, dieser Funnel, wenn ich ihn jetzt publizieren würde, hätte also die Gesamtanzahl von circa zwei Quadratmetern. Das ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben, aber dieses Tool hier gibt das aus. Und da haben wir dann zum Beispiel noch Retargeting mit drin, das dann auch auf den Landingpages eingesetzt wird oder hier auch im Freebie mit eingesetzt wird und verschiedene andere Taktiken, die dann wieder alle nur das Ziel haben, die Leute auf die Landingpage zu bekommen. Und damit kann man also unglaublich viel erreichen. Und ich habe das beim letzten Coaching schon mal gesagt, da hatte ich auch viele Leute, die nicht glauben konnten, dass das so effektiv ist. Aber es ist unglaublich effektiv, gerade weil wir mit diesen Videos halt geschickten Funnels bauen. Und der User nimmt den Funnel als solches überhaupt gar nicht wahr, denn er klickt sich durch die verschiedenen Videos. Und hier in diesen kleinen Videos sind auch nochmal zusätzlich Anmerkungen versteckt. Das ist jetzt hier nicht ersichtlich. Sind Anmerkungen versteckt, die zum Beispiel auf das nächste Video leiten und von dort dann wieder auf das nächste Video und so weiter und so fort. Es gibt Infocards. Es gibt auch hier, glaube ich, eine Session, die habe ich jetzt hier gar nicht drauf. Die muss ich noch hinzufügen. Und zwar, dass ich auch zum Beispiel hier mit einer Umfrage noch arbeite. Einfach um herauszufinden, was möchten die User jetzt noch zusätzlich wissen, um dann nochmal ein zusätzliches Video einzubinden, um dann nochmal zusätzlich auf diese Thematik eingehen zu können. Und am wichtigsten ist natürlich das Freebie hintendran, dass sich wirklich am Ende eines Videos jeder User in dieses Freebie eintragen kann, um halt noch mehr Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Und das ist dann im Prinzip auch der Auftakt dazu, dass der Kunde sich essentiell mit diesem Thema beschäftigt und ich immer und immer wieder in Kontakt mit dem Kunden trete. Und damit erfülle ich alle Regeln und alle Voraussetzungen, um später beim Kunden einen Verkauf zu erreichen. So, jetzt habe ich aber im Prinzip schon wieder viel zu viel erzählt, weil so viel wollte ich gar nicht zu diesem Funnel erzählen. Aber du siehst, es ist im Prinzip relativ einfach, solch einen Funnel zu entwickeln und es bringt vor allen Dingen unglaublich viel, mit solchen Funnels zu arbeiten, um die User auf deine Landingpage zu schicken. Du kannst das natürlich auch für Affiliate-Produkte machen. Ich habe das zum Beispiel bei einem ganz bekannten Produkt von meinem Freund Marco gemacht, dem Asen Master. Und da habe ich tausende Euros eingenommen mit diesem Funnel und der läuft bis heute und generiert schon seit über einem Jahr mehr als tausend Besucher pro Monat nur für diese Geschichte. Und das schon seit über einem Jahr jeden Monat permanent. Okay, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann definitiv meinen Kanal abonnieren, denn dann sonst, wenn du das nicht tust, würdest du diese spannenden Videos hier verpassen. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Hinterlasse mir bitte einen Kommentar. Ich versuche auf jeden Kommentar unter dem Video zu antworten und darauf einzugehen. Teile dieses Video mit all deinen Freunden, damit die auch was davon haben. Und ja, im nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Dann zeige ich dir dort, wie ich mit dem Aufbau dieses Funnels beginne. Denn das, was ich dir jetzt hier gezeigt habe, ist der Auftakt zu einer Serie innerhalb der YouTube Challenge. Einfach, um dir zu zeigen, was man mit Videomarketing alles erreichen kann. Denn ihr habt beim letzten Mal dafür gevotet, dass ich Videomarketing als Videos in der Challenge machen soll. Und genau das mache ich jetzt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Dein Olli. Okay. Vielen Dank.